Ein Anruf von Benjamin Schmedes. Und zwar, ich weiß nicht genau, wann das mit Daniel bekannt wurde, Montag, Sonntag, Montag, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch hat er bei mir angerufen. Und dann begann die Reise. Das ist immer eine Frage, was will man für einen Trainer? Das ist ja immer so ein Profil, ich erfülle nun mal zwangshäufig nicht alles. Hatte ich eben auch schon versucht zu sagen, da wird ja auch, der eine oder andere will dann einen Zweitliga-Trainer, der hat da schon Erfahrung gesammelt, da schon. Und letzten Endes entscheidet ja der Verein, was für einen Trainer er haben will, eben aus diesem Bereich oder eben woanders her. Und ja, das ist dann eben die Frage gewesen. Und da habe ich schon gehofft, dass es vielleicht so wäre, dass das in meine Kategorie gehen könnte. Na gut, ich komme aus dem Nachwuchs. Wenn man eben Zweitliga-Erfahrung haben will, dann bin ich es erstmal nicht. Das ist einer, die ich eben noch sammeln muss. Andererseits wiederum mache ich es schon sehr lange. Und von der Pika auf den Fußball kennenzulernen in allen Bereichen und das dann eben aber auch im nächsten Bereich wieder umsetzen zu können, finde ich alles andere als verkehrt. Ich glaube, ich kenne mich gut aus. Ich mache das schon eine ganze Zeit lang. Und das ist, glaube ich, auch das, was der VfL dann entsprechend haben wollte. Und würde mich dann gerne eben auf den Fußball konzentrieren. Da bin ich, glaube ich, keine schlechte Wahl. Ich glaube, dass ich ein Stück weit das auch lernen muss. Das, was ich hier gerade eben mitbekomme. Und Stück für Stück auch versuchen werde, das hinzukriegen. Das gehört natürlich eben auch mit dazu. Es ändert sich das eine oder andere. Ich habe mit erwachsenen Menschen zu tun. Ich habe mehr mit euch zu tun, mit Medien zu tun. Das ist sicherlich etwas, was dabei ist. Das Spiel an sich, das ändert sich nicht. Wenn du in der U19 eben Fußball vermitteln kannst und entwickeln kannst und umsetzen kannst, dann kannst du das in der zweiten Liga auch. Und das ist mein Anspruch. Ich glaube, dass ich eben ein Stück weit, so wie jeder andere auch, eine eigene Type bin. Und das mag ich ganz gut, wenn man sich damit beschäftigt. Das hat der VfL sicherlich getan, vor allem Benjamin Schmedes, der genauer hinguckt, wie ich was entwickelt habe mit Mitspielern, im Spiel selber, Spieler selber wiederum. Dann ist es eben vermutlich das, was man eben auch hier haben will. Und natürlich auch das, was ich gerne weiter betreiben möchte. Letzten Endes ist das im Profifußball ja auch eine Facette. Da muss man ja immer rechnen. So wie ist Daniel Thun. So kann immer irgendwo in irgendeiner Form irgendwas passieren. Mit dem Spieler. Und deswegen bricht die Welt auch nicht zusammen. als auch mit dem Sportdirektor oder auch mit dem Trainer, was jetzt eben auch passiert ist. Und aber ohne Frage ist er ein wichtiger Faktor. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er in Nürnberg abgesagt hat und dass er hier bleibt. Das kann ich auch jetzt natürlich noch nicht alles im Detail sagen, aber mein Gefühl über viele Gespräche, Telefonate, Austausch vorher, größere Runden, als aber auch vor allen Dingen jetzt in Bezug auf die Inhalte, auf die Planung, ist eben, dass das sehr, sehr gut zueinander passt. Niklas, wir haben zwei Jahre zusammengearbeitet in der U17. Er ist ein herausragender Fußballer mit einem unglaublichen Potenzial. Und wir haben damals in vielerlei Hinsicht schöne Momente gehabt. Wir haben auch durchaus das eine oder andere kritische Gespräch miteinander geführt. Ich freue mich einfach wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, eben weil er so viel Potenzial hat. Und weil er auch immer eine gewisse besondere Note ohne Frage für das Spiel mit reinbringt. Ne, kein Zettelchen. Wir tauschen uns tatsächlich eben aus. Und das ist ja, hat Benjamin eben auch gesagt, das ist ja kein großes Geheimnis. Da sind ja in bestimmten Bereichen auch Spieler weggegangen. Und dann ist das eben auch logisch, dass du in den Bereichen eben auch wieder welche holst. Das geht dann letzten Endes über Physis, was ein Wunsch ist. Das geht über Qualität. Das geht auch über Entwicklung, über Tempo. Und da muss man eben gemeinschaftlich schauen, was ist zu welchem Zeitpunkt, das ist ja auch wieder ein wesentlicher Faktor, dann tatsächlich auch umsetzbar. Da ist es dann eben leider Gottes kein Wunschkonzert. Aber ich glaube, dass es dann eine ganze Menge Spieler gibt, die unter den genannten Kriterien das ein oder andere erfüllen. Und selbst wenn du dann da an der einen Geschichte das eigentlich kriegst, dann kannst du es mit der anderen Geschichte wieder verknüpfen und verbinden. Ich bin ja recht zuversichtlich, dass wir da ganz spannende Kandidaten haben und es hat dementsprechend auch was Gutes bei rumkommt. Ja, das stimmt so. Ich war auf dem Platz halt, ja, jeder muss ja gucken, wie er seine Qualität mit einbringt. Deswegen, das Spiel lebt ja nicht nur von den technischen Fusis, sondern es lebt dann eben auch von denen, die von der Mentalität kommt, vom Willen kommen, die ein Stück weit eben auch was bei anderen kaputt machen können. Das will ich nicht übertreiben, aber ich war eben schon tatsächlich eher der Robustere. Ich war Innenverteidiger und habe dann meine Aufgabengefeld dann eher im Verteidigen gehabt und das dann zum Teil dann schon, ich würde immer noch sagen, mit lieben, netten und legitimen Mitteln. Also das würde ich schon für mich in Anspruch nehmen. Aber klar gehört dann eben auch mal ein ordentlicher Zweikampf dazu. Den konnte ich auch bestreiten, ja. Ich glaube, dass ich ein kommunikativer Trainer bin. Ich mag es gerne in allen Richtungen. Ehrlich, ich habe es gerne klar. Ich habe ungern dieses Rumgeeiere und dementsprechend dann auch direkt. Ich muss entscheiden beim Job und ich habe da auch kein Problem mit. Ich nehme gerne mit. Ich habe trotzdem eine klare Vorstellung davon und wie das Spiel aussieht und wie man sich dann eben auch was entwickeln kann. Ich muss mich immer anpassen, was auch vorhanden ist an Spielermaterial beziehungsweise eben auch an dem, was gut war. Aber ich habe eben als Spieler auf dem Platz, als auch drumherum bisher, das hatte ich eben auch schon gesagt, nicht so wahnsinnig viele Probleme gehabt, mich da irgendwie zu behaupten. Und ich glaube, dass es aber auch gar nicht darum geht. Es geht eigentlich immer nur darum, dass du eben mitnimmst, dass du kommunizierst, dass jeder eben weiß, woran er ist. Wenn das der Fall ist, dann hast du, glaube ich, bist du in der richtigen Richtung. Dann wünschen wir Ihnen für diese Richtung alles Gute und freuen, dass wir ein Stück des Weges zusammen gehen können im nächsten. Dann wünschen wir Ihnen für dich! Untertitelung des ZDF, 2020